Ihr wisst doch mittlerweile alles, dass das nicht nothing ist, Brudi. Kannst ruhig sagen, was abgeht. Besser ist, man. Verdammt, wir brauchen mehr Harmonie. Wenn wir doch nur befreundet wären. Wie kann ich wahrscheinlich hier rum, oder? Ah, hier. Warum hat jeder so viel Ass? Ich meine, siehst du die krassen Schritte, die sie machen? Das gibt ganz schön viel Arschtraining und Arschmuskeln, wenn du die ganze Zeit so läufst, Mann. Das ist halt, wenn du halt vier Meter breite Schritte machen würdest, hättest du auch so einen riesigen Hintern. Und vor allem, die machen ja nicht nur so eine Schritte, die laufen ja die ganze Zeit. Die laufen ja das ganze Spiel durch. Also mit Power-Laufen einfach. Das trainiert den Hintern, Mann. Hör auf, slow-coach! Was ist falsch? Juju, Gaddo! Das ist für dich! Was kann es sein? Das ist für dich. Ist Juju schon wieder tot? Oder wird er getötet, oder wird er getötet? Ist das, warum Thaar'on... Aber dann... Was bedeutet das, wenn wir weitergehen? Wenn wir weitergehen, wird Thaar'on wirklich wirklich sterben? Nein! Was ist falsch, Schulk? Das battle ist für meine Leute. Wenn du nicht so schaffst, schau dir das Weapon und geh zurück. Das ist nicht es. Ich... Es ist nur, dass... Out mit es! Das ist nicht so schaffst, dass wir vielleicht nicht so schaffst. Was? Wir haben so weit. Ich glaube, wir sollten sie observen und planen unsere Attacken nachher. Du insolent... Wir haben nicht so viel Zeit. Wir wissen nicht so viel über diese Machines. Ich habe observen ihre Bewegungen. Ich habe Planen dieses Attacken für ein Monat. Ich weiß voll gut was going to happen to my brothers and sisters. Es ist nur... Wir gehen! Fall in, Medic! Sir! Was hat in dir gehalten? Ich... A Vision wieder. Don't tell me, another death. Ja. Ich wusste es. Das Schulk, ich weiß, nicht nur für eine ganze Zeit. Diese Vision. Was es so wie vor? Kind of. Ich sah ein Untergrund Aether River. Und ein Thaaron. Hm. An Aether River. You know what? Das Schwarz lässt du sehen die Zukunft. All diese Power. Und du immer wiederholtest. Das ist besser. Better zu nutzen meinen Gehirn als meine Füße. Schulk, ich kann in die Hände zuerst. Aber ich habe meine Hände zu tun. für ein paar Dinge. Okay, okay. Ich bin der Idee. Ich habe noch nicht getan. Du bist auf deinem eigenen Schulk. Das ist das, warum wir hier sind. Rein, ich... Next time you have a vision, you tell us. We bared a burden together, as a team. Ah. You have a vision you don't like, we'll change the future together. Got it? Got it. What was that? Say it like you mean it. I got it, alright. Next time I'll tell you. He's right, Shulk. You two saved Juju once before. I know we can do it again. I believe in you. Thanks. They're right. We'll change what happens. Anyway, I didn't see Juju and the others dying. There's still hope. Weißt du, ich such grad die ganze Zeit so nach Postern auf Amazon für meine neue Wohnung. Weil ich die Cutscenes einfach alle schon kenne. Und... Ey, ich find die ganzen... Also ich such doch Final Fantasy Poster und find einfach eine Trilliarde Porno-Bilder, man, auf Amazon. halt wenn ich Bock darauf hätte, dass mir Tifa ihren blanken Hintern entgegenstreckt und ich mir das in die Wohnung hängen möchte. Würde ich mir Instant kaufen. Aber damn, wer kauft sich sowas? Wer zur Hölle holt sich so einen Quatsch? Ach, das ist doch alles unglaublich hier. Hoffnungslose Nerds. Eigentlich ist die Frage, die Beantwortung muss ich irgendwie von selber, wer sich sowas holt. Hä, hab ich jetzt irgendwas gemacht? Man ist sich nicht sicher. Oh, 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 mein Ohr kitzelt. So. Vor allem, au, das tut weh. Mein Ohr kitzelt. Ich würde hier gerne, glaube ich... Okay, ist egal, ob ich hier runterfalle oder nicht. Jetzt. Aura Burst. Cool, cool. Okay, das hat geklappt. Looten wir kurz alles, was hier so rumliegt. Hey, Windenast. Was geht ab? Muss ich, glaube ich, nicht lang. Halt, da hinten kann ich irgendwie noch Stuff abbauen. Das sollte man, glaube ich, echt eigentlich tun. Ich scheint es ja echt abzugehen mit dem... Ja, vielleicht auch nicht so doll, wie ich dachte. Halt alles, was ich für meine neue Wohnung an Poster haben möchte, ist, dass dieses eine Bild, wo Cloud Hart vor dem Reaktor steht mit seinem Schwert so hinten oder vor dem Shenra-Gebäude. Halt dieses, ähm... Das Titelbild einfach. Das finde ich halt so cool. Und das möchte ich einfach in einer schönen Auflösung bitte haben. Das klingt nicht gut, ehrlich gesagt. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob diese Chain-Attacks tatsächlich auch mehrere Monster treffen können. Probieren wir es doch mal aus, würde ich sagen. Wirklich? Autsch. Autsch. Stirb jetzt einfach, wo auch immer er hin ist. So. Ich muss mal Shadow ein, damit wir gleich rückkriegen. So, killen wir ihn gerade mal. Wer macht das hier mehr Sinn? So. Perfekt. Nice. Cool. Hör mal, 9000 Kettenschaden. Okay. Gut gemacht. Xenian. Wir können ja auch schon wieder eine Kettendings machen. Ich hab... Ich hab den Chill-Modus ausgemacht, oder? Also einfach nur, um sicher zu sein. Okay. Es ist halt schon ein bisschen cool. So. Wir haben auch die hier. Ach, das war der böse Dude, der so viel Stress macht die ganze Zeit. So. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ich meine, er ist halt... Es ist halt wieder so ein Scheißmonster, das irgendwie ein Level über mir ist, aber es ist halt auch so ein Scheißmonster, das einfach super stark ist, weil es so ein Special-Ding einfach ist. Schildschutz-Verfindung. So. Try me, bitch. Sie könnte Ryan halt einfach mal heilen. Das wäre irgendwie geil, eigentlich. So, heilen wir ihn gerade mal. Theoretisch sollte er mich ja gar nicht treffen. Okay, das hat sich erledigt. Nice. So. Das sieht doch ziemlich gut aus. So. Flamongo, Alter. Was für ein Name. Was geht ab? Hatte ich bis jetzt FPS-Probleme? Tatsächlich gar keine. Also, von der Framerate her ist das Spiel echt gut. Ich meine, wenn du halt aber auch so krasse grafische Downgrades machst mit der ganzen Auflösung und so, dann läuft das Spiel besser halt auch im Verhältnis ziemlich gut. Daher, ähm... Es ist halt okay. Ich kann mich nicht beschweren. Äh, das sieht gut aus. Ich habe leider nicht mitbekommen und nicht aufgepasst, was wir jetzt alles so gefunden haben. Ich glaube, wenn, dann müsste ich ja eher ihm das hier geben, damit er mehr physische Abwehr hat. Das ist noch okay. Das ist noch okay. Ja, das ist alles super. Ich glaube, bei dir könnte man unter Umständen mit Glück nichts upgraden, denn... Das hier ist halt geil, aber auch nicht so krass, dass ich sagen würde, wow. Ähm... Das hat der leere Sockel, der kacke ist, der das hier immer noch besser macht. Weil dieses Äther hoch... Stufe 3 ist halt einfach insanely gut, so. Bam, 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 bam. So, kann ich jetzt hier noch irgendwo... Stuff finden, womit ich irgendwas abbauen kann? Ah, oh. Nice. Deswegen ist das hier eigentlich auch tatsächlich so ein Gebiet, wo du immer mal wieder zurückkommst, wo du hier jedes Mal wieder neuen geilen Scheiß looten kannst. Ich erinnere mich halt auch daran, dass diese Mine einfach so lang ist. Die dauert so lange. Und ich glaube, ich habe jetzt ungewollt das sogar richtig gemacht. Dass ich tatsächlich ungewollt aus Versehen die richtige Tür aufgemacht habe, wo wir da auch durchmüssen. Finde ich cool. Das finde ich jetzt nicht so cool. So, hier laufe ich jetzt einfach mal weg, weil... Bla, was soll's. Okay, wer auch immer mich hier so nervt. Oh. Na dann, let's go. Let's go. Idealerweise nicht draufgehen. Ist das okay? Oh, liegt der auf dem Boden? Fuck. Jo. So, wann habe ich so viel Luck? Keine Ahnung. Was ist denn hier gerade Lucky an diesem ganzen Kampf, wo ich die ganze Zeit draufgehe? Äh, Ausweichrate macht eigentlich bei ihm dann Sinn. Wenn auch nicht sehr viel. Es kommt zu mir. Ach. Er hat's zumindest überlebt. Es ist halt echt einfach mega crazy, wie, ähm... halt einfach zwei Level in diesem Spiel so übelst viel ausmachen können, man. Aber wenn wir das halt schaffen, den zu killen, wenn wir zwei Level unter dem sind, kriegen wir halt einfach super krass viel XP und das ist halt... Das ist halt dann so der kleine Ausgleich einfach. So. Oh, Chain Attack finde ich gut. Muss ich jetzt nochmal wegbewegen, damit ich den so ein bisschen in die Mitte kriege. Es geht hier so und nicht so viel, wie du siehst. Außer ein bisschen Xenobladen. Okay, fuck it, wir müssen das so machen. Car fucking boom, Alter. Das war's schon? Oh, er ist tot. Ja, das erklärt's. Ups. Dachte er sich, das wird jetzt richtig abgehen, und er ist einfach gestorben. Das ging schneller als erwartet, aber naja, sag ich nichts gegen. Da hat jeder Eis-Dealer-Münsel mit ihr abgekapert. Das ist, äh, nichts Positives eigentlich. Du, 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 du. Ich hab doch irgendwie neuen Kram bekommen, ne? Das kann ich nicht tragen. Ich glaube, das kann sie aber auch nicht tragen, oder? Das ist nämlich eine schwere Rüstung. Haha. Verdammt. Wir sind hier. The central pit. Where are they all? I don't see anyone. We'll take that lift. I'm ready to mash some mech on. Yeah. Juju? A Thaaron? Wo sind denn alle? Ja, das ist halt... Das ist halt nicht nur ein JRPG, das ist ein Nischen-JRPG, das keiner kennt. Deswegen ist keiner hier. Das finde nur ich geil und sonst halt einfach nur so vier Leute, oder so. Daher spiel ich's halt für mich. Verdammt. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Vielleicht soll ich's nicht mehr für mich spielen. Link ist das selber am Spielen. Ja, das Vermont und bei mir ist alle. Und jetzt haben wir's wieder confidential. Okay. throwing out bei mir assistant. Soil er hatte spicesen ja, senzamų. Ja, du bist ein armatубster. Jaunder da. Du hast also mit ihnen complain, Ach komm, was für ein Quatsch, Alter. Hierbei brauchen wir jetzt auch keine Chain Attack. Das schaffen wir auch noch so. Ich hab einfach voll Lust auf Final Fantasy XIV, Alter. Ich weiß nicht mal warum, Mann. Ich hab voll Lust drauf. Wahrscheinlich, weil mich dieses Spiel halt auch so krass daran erinnert, irgendwie. Hä, bin ich hingefallen? Bitch, Alter, was soll das? Dude, komm. Was soll das? Dreh dich um. Geht doch. So. Okay, lasst uns gehen. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Hab ich übrigens erwähnt, dass wir nach da unten müssen? Wir müssen nach da ganz unten. Einmal das komplette Scheißding runter. Hab ich richtig Bock drauf. Das ist halt der langweiligste Dungeon im ganzen Spiel. Aber danach geht's ab. Ich verspreche euch, danach rastet das Spiel einfach aus. Das ist ganz cute. Weiß ich nicht, ob ich das möchte. Was ist denn hier noch so? Zusatzheilung ist... Okay. Mehr IP für das Erfüllen von Missionen ist okay. Mhm. Ja, ist alles kacke. Aber ist besser als das hier, glaube ich. Schmiedebonus ist so bla. Das ist halt ganz cool. Keine Ahnung. Machen wir das einfach mal voll. Hier war Angriff hoch. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Das heißt, das kann ich dann hier mit reinpacken. Irgendwann vielleicht. Wenn das dann mal gelernt hat. Sie hat noch nichts gelernt. Der Rest passt, glaube ich. Okay. Was aber noch geht, sind die Techniken. Die haben wir jetzt freigeschaltet. Zumindest bei manchen. Oh Gott, das ist kompliziert. Ja? Nee? Stufe steigern? Na bitte, hier wollte ich hin. Ähm... Das geht generell noch nicht so viel... Sooo... Sooo... Verdammt! Das hier... Das ist raus. Geht noch ein bisschen was. Wenn das nochmal stärker wird. Das geht auch noch. Okay. Gerade mal ein bisschen gepimpt. Oh Gott. ich hab dich eigentlich von mir ablenken lassen dann halt dann halt nicht wir machen gar keinen schaden gerade so nice Vielleicht soll ich's wagen? Eigentlich ist es unnötig. Ach, fuck it. Was soll's. Hau ihn da raus. So. Ich glaube, das macht keinen Schaden, oder? Genau, das macht gar keinen Schaden. Aber... Warte, es macht Schaden. Ist okay. Nicht viel, aber... Besser als nix. Ey, 200 EP, man. Holy shit, man. So ein Kackkampf einfach nur. So, hier müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht auf Versehen vor diesem Ding landen, weil dann schmeißt uns das nämlich einfach runter und das wäre richtig doof. Um, um... Hm, um... Das ist die Macht der Monado. Ich bin unbedingt heiß darauf, jetzt gegen die alle hier zu kämpfen. Deswegen hoffe ich, dass ich hier rumkomme. Okay, das hat nicht geklappt. Ach, Mann. Ich darf keine schönen Dinge haben. Das beweist es nur wieder. Okay, der ist tot. Das ist schon mal sehr gut. Äh, das macht mehr Sinn. Wenn ich jetzt schneller gewesen hätte, das auch getroffen und alles wäre super. Aber ich bin leider der lahmste Dude der Welt und deswegen hat nicht so geklappt. Kaboom. Tatadadam. Einfach 500 EXP, Alter. Was ist hier los? 200 EXP. What? Einfach nimmer. Ähm, warte mal kurz. Wie viele Stufen kann ich hier mittlerweile nach oben? 24. Okay, das ist interessant, aber relativ egal. Okay. Ich frage mich, ob ich auch beim Entdecken von Orten mehr EXP bekomme, wenn ich da ein niedrigeres Level bin. Also wenn ich jetzt auf Level 1 gefunden hätte, ob ich dann 750 EXP bekommen hätte, anstatt nur 75. Okay, da hinten muss ich noch mal hin. Okay, da hinten muss ich noch mal hin. Ich muss hier leider alles an roten Ättern mitnehmen. Oh, das ist neu. Oh, nee. Okay. Ich dachte gerade, ich kann Feinde umwerfen, aber das war es leider nicht. Okay, warte. Okay, das war interessant. Okay. 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 Also, wo ist die Seite? Könnte literally alles sein, so. So. Jetzt ist der ganze Fusel hier nochmal. Hau drauf! Hau drauf! Fokus auf unsere Effekte! Nicht unsere Probleme! Gut zu gehen! Hau drauf! Ich bin kreuzig! Ich bin auf die Hände! Du wirst wirklich in das, Rein! Das ist gut! Jetzt ist Rein-Time! Jetzt ist Rein-Time! Okay, los geht's! Wir haben keine Hände verloren! Was ist... Ich wollte gerne wissen, was Ohnmacht ist, aber gut, dass ich das nicht rausfinden konnte! Ah, halt nicht! Ich lass dich da hinten einfach mal! Wird schon passen! Dann laufe ich einfach super gekonnt! Die ganze Geschichte einmal lang! Und... Äh... Ich... Ich hoffe, wir kommen der ganzen Geschichte da unten langsam ein bisschen näher. Ich glaube, wir sind jetzt bereits ein In-Game-Tag in dieser ganzen Höle hier drinnen. Das ist echt ein bisschen lange! Du siehst mich nicht! Ich sehe dich nicht! Aber die werden mich definitiv gleich sehen! Aber die werden mich definitiv gleich sehen! Na ja, los geht's! Ich will niemanden sterben! Oh, ja! Wir sind zuerst wie ein Kind! Aber du und ich hier... Was erwartet? Wir können definitiv das machen! Oh! Schreien! 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 Wir fokussieren! Ich bin auf dem! Das ist der Minamu-Power! Beats! Mein Lichter-Geräusch mit dem Marken auf der Zeit! Ach, fuck! Ich war jetzt zu langsam! Na komm! Sehr gut! Alles okay bei dir? Cool! Muss ich eigentlich tatsächlich ein Video dazu machen? Wie das Kampfsystem dieses Spiels funktioniert? Weil ich halt ab und an immer noch... Immer noch so kleine Fragen bekomme von wegen Hey, wie funktioniert das eigentlich? Und eigentlich ist es halt echt easy, aber... Keine Ahnung! Wenn Leute Bock drauf haben... Ich hätte gerne mal so ein kleines Video dazu machen! Hey CF! Was geht ab? My rifle's getting hotter! Großartig! Okay, was ist mit dem Sperr? Wo rennt er hin? Okay! Okay, ich verstehe! Vielleicht sollten wir erstmal auf uns mit dir kümmern! Nice! Damit es doch richtig... Damit die Party hier richtig abgeht, man! Was ist das? Ich frage immer mal auf uns mit dem만k Beat man! Nachdem... Deine Hand! Ey, Brudi! . Das ist okay. Sehr gut. Kannst du mir aufhelfen? Das wäre noch echt... Also, das wäre richtig gut, einfach. Pass auf, das wird gleich so... Entweder wird das richtig gut und wir schaffen das einfach instant. Oder es geht gleich richtig krass in die Hose. Okay, den ersten haben wir schon mal. Jetzt kommt dieser kleine... Dude hier. Oder auch nicht, weil ich gestorben bin. Schade. Wir haben es probiert einfach. Es war so klar, wenn wir uns so 25 Dudes auf einmal angreifen. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass wir jetzt ungefähr eine halbe Stunde nochmal spielen dürfen. Das ist jetzt echt voll viel, oder? Also... Ah.